Abputzen und weitermachen. Roberto Di Matteo ist keiner, der schnell das Jammern anfängt. Auch wenn die Verletzung von Julian Draxler vor dem Champions-League-Spiel bei Sport in Lissabon die Überlegungen des Italieners durcheinanderwirft. Julian Draxler kann man nicht einfach so ersetzen. Da gibt es wenige Talente in der Welt wie er. Also da müssen wir als Einheit und Mannschaft auftreten. Und da ist ja auch noch Torgarantie. Klaas-Jan Hünteler. Klaas ist in Top-Form momentan. Er ist natürlich für uns ein Spieler, den wir gerne in unseren Reihen haben, weil er entscheidend auch spiele. Aber ich glaube auch die Unterstützung von der Mannschaft kann vielleicht ein bisschen besser sein für ihn. Der Hunter braucht ein funktionierendes Jagdrudel, damit Di Matteo und Schalke in der Champions-League überwintern dürfen.